mein bambi muss nach vorne da kommt mein poppita ich glaub das auch besser da kommen wir mal ein mopsi denn was das ist doch ein fun oh man mein glutex so ist fast so weit egal dann wird es halt episches level up mit don fahren alles geheilt alles geheilt das ist schon ein schönes design also mir gefällt es halt auch mir gefällt es halt auch dass das so ein also dass das future don fahren dass das halt nur so ein gyroskopischen reifen hat ja ja halt die fresse antiker bot so direkt erst mal tera nee moment wir warten wir warten bis zum nächsten kampf wo wot wieso alter hat noch 32 ap alter was überlebt warum zieht das so viel ab das ist einfach nein das hat durchbruch eingesetzt und bambi ist teilweise typ normal hat dies terra kristallisiert hätte es überlebt die gemein verdammtes muscle bambi das war das wie ich werde ich gerade ob ich noch zu punkten und dann gehe um meine was mache ich jetzt taus mother fucker das ist einfach derzeit wenn er mit dir durchgebrochen Ich geh mal kurz zum Pokémon Center Mal kurz Terror-Opophil Alter, Bambi ist tot Scheiße Das Viech Das Viech hat mir echt gefallen Das war so cool Was, Bambi? Ja, also Alter, warum macht das zu viel Schaden? Das war heavy Der ist nicht ohne Wie kommt das denn? Zuerst hätten wir doch vielleicht erst den Wurm machen sollen Das ist knallhart Okay, das war Unerwartet Einfach nur ein Durchbruch Kommt da jetzt nicht drauf klar Alter Das glaub ich dir Da, ein Volltreffer Taurus hat's gerecht Nice Alter Muscle Bambi, Alter Das war schon mies Mein Gott Ich bin in einem kleinen Vogel reingerannt Erstmal einen Trank Also Dieses Holzgeweih, weißt du Das hat mir halt echt gefallen Ja, klar Wow Alter, warum macht das Viech so viel Schaden? Boah, was könnte ich denn einsetzen? Lass mich Kann das Vieh vor dir angreifen oder nach dir? Vor mir Oh nee, das ist nicht gut Ja, ja Ich probier mal, ob die Ich probier mal, ob die KI sich selbst in den Arsch beißt Und dann jetzt kommt Pepper Ey, das lief zu gut Naja Boah, ich hab noch gesagt Weißt du Weißt du Weißt du In der letzten Part Ist kein Pokémon gestoppt Es lief zu gut Lief zu gut, ja Also dass das halt Diese Kampfattacke hat Und dass Bambi Und Bambi ist weg Vor allem Der ist schnell Der Junge Ja Jawohl, Alter Donfond setzt Kajouken ein So Terra Kristallisierung Ich hab auch nicht mehr so viele Heil-Items Okay, ich wechsle Der setzt jetzt die ganze Zeit Durchbruch ein Ich probier Ich probier es mit Claude Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Problem wird Ich auch nicht Ich hab mir gedacht Pflanzentyp Vorteil Und gib ihm Ja, ja So, Blumentrick Wie viel ziehst du ab? Oh, okay Ein Drittel nur Durchbruch, Alter Was passiert? Tick-Tack 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 lebt noch Aber Hat nur noch 32 AP Holy shit Harter Hund Ey Also Wolf Warte, 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 warte Wieso? Hä? 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 Achso, 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 achso Was passiert, Lutz? Ja, nee Er hat das Pokémon von Pepper Umgeboxt Ich hab den Namen nicht Ich hab nur auf die AP-Leiste geachtet Achso Und ich dachte, ich hab deswegen Hypatrank eingesetzt Und ich hab deswegen Hypatrank eingesetzt Und das hieß, es hat keine Wirkung Und ich hab gedacht Er killt jetzt mein Tick-Tack Oh, Lutz voll Panik. Alter. Jetzt, hier, Blumentrick. So. Ja, ich muss Bambi jetzt wegtun. Scheiße. Der hat nur noch ein bisschen AP. Alter, ich hab Angst, alter. Fruststampfer setzt der ein. Wie zieht das ab? Ja, ich hab zum Glück noch einen Pflanzen-Pokémon am Start. Gut, so. Riesenzahn ist am Arsch. Alter, das kam unerwartet. Das war echt heftig. Bericht. Gras fällt, Samenbomben. Das hat noch nichts Tolles. Du hast deine Olive. Ja, ja. Lass mal sehen. Megasauger. Ich könnte halt. Megasauger, ja. Obwohl auch die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender als KP gut geschrieben. Aber das hat halt nicht so viel Stärke wie das verdammte Holzgeweih. Ja. Und das Viech ist halt auch Gras. Normal. Ja. Mann. Also, ich glaube, ich setze es, also ich denke, zusammen mit der, zusammen mit der Muschelglocke kann das auch ganz gut funktionieren. Ja. Ähm. Das Dumme ist halt, dass das Gras fällt. Das, das ist, ich finde die, ja, eigentlich finde ich das so dumm. Das ist der Gegnerisch ja auch. Das hält den Gegner halt auch. Ja. Megasauger. Verstärkt Gras fällt. Es verstärkt Pflanzenattacke, aber es heilt beide, das finde ich doof. Ja. Ähm. Was haben wir denn sonst noch? Ja. Sonst kann es noch nicht viel. Ja. Claude kommt an den Anfang. Äh. Das kriegt die Muschelglocke. Mann, Alter, mein armes Bambi. Das ist Muscle Bambi, Alter. Ich fand das, ich fand das Image halt so cool, ne, dass das wirklich, da steht so, Bambi. Dass das so ein voll muskulöses Meme Bambi ist. Das habe ich lustig gefunden, Mann. Jetzt ist es tot. Jetzt ist es kaputt. Muss man ein paar Sachen verkaufen und wieder Tränke reinschaufeln. Fuck. So, mal eben so ein paar. Jawohl. Beleber kann ich auch verkaufen. Die benutzen wir hier nicht. Diese blöden X-Angriff-Mega-Blockdinger, ey. Aber da bin ich jetzt zu faul, die einzeln zu verticken. So. Ja, ich will was kaufen. Gib Tränke. 200 Tränke kaufen. Boom. Aha. Ja, zum, äh, ich sage ja zum Dings. Ja, für die Autoheilung ist halt großartig. Genau, für die Autoheilung ist das halt mega geil. So, jetzt kaufen wir noch mal ein paar Hypertränke. Bada bing, bada bumm. So, was sagt dann die TM-Maschine? Also die technische Maschinen-Maschine. Ja, ihr könnt jetzt gleiten. Und noch eine ordentliche Pflanzenattacke. Wegbereiter, Zauberblatt, Kugelsaat, Grasfeld, Strauchler. Nö, Bullshit. Okay. Claude, vorne weg. Wo ich mir halt echt Sorgen mache, ist bei dem Sterben irgendwann, ist es dann, wenn wir in Zone Null wahrscheinlich sind, bei diesem, bei diesem, äh, beim Ende halt. Äh, ja, es stimmt. Die Arena, äh, die, 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 die Antiqua, die ist, äh, die haut schon rein. Das könnte übelst werden. Ja. Ich meine gut, das ist halt auch, äh, das ist halt auch the fucking final battle. Ähm. Ja. Alter. Äh, Glutexo ist 36. Tut sich nix. Entwickelt er sich erst mit 38. Alter, mein Bambi ist kaputt. Bambi. So ne Scheiße. Rest in pieces. Yo. Fuck. Das hat mir echt gut gefallen, dieses Holzgeweih. Glaubst du das? Ey, der Angriff war so cool. Reiter scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Form wieder lang zu haben. Auf den Barkan ist jetzt... Vielleicht hilft dir der nächste Wundertausch. Ja, 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 beim nächsten Mal was fangen halt, ne? Ja. So. So, ich hoffe halt einfach, dass das Viech sich jetzt an Claude vergiftet. Und ich mach schön so ein paar Mal Aquawelle. Vielleicht verwirrt es dann auch noch. Und Pepper hat ja, genau, Pepper hat sein komisches... So. Ja, mach mal Aquawelle. Jalapeno! Fußstampfer. Yo! Das Jalapeno ist halt auch fast direkt tot. Ja. Ups. Das mit der Aquawelle funktioniert nicht so gut. Egal, ich versuch's zu verwirren. Ups. Durchbruch. Ui, ja, nie! Ups. Komm schon! Ja, doch, komm. Abschlag. Wow! Oh mein Gott! Nicht so, Lord! Nicht Claude! Nicht Claude, Alter! Egal, jetzt ist es vergiftet. Jetzt hab ich gewonnen. Jetzt kannst du einfach die ganze Zeit Tränke machen. Ja, Mann. Die Pussy-Taktik. Warum hat das Viech so... Ich mein, ja, es ist halt ein Urzeit-Pokémon, Mann, aber leck mir am Arsch, Mann! Entspann dich, du Vieh. Ich werd nicht nur ein Pokémon da verlieren. Nee. Trink mal ne Limo, Claude. Pepper, los! Mach mal was mit deinem blöden Viech da genau. Rasierplatte das. Mh, vor allem, dass das mit der Turbodreher die Initiative so hoch schraubt, ist echt hart. So. Ne, ne, wir gehen auf, wir gehen auf safe. Mach mal ne Limo. Lecko funny, Alter! Ich, ich hab ja, ich hab, weißt du, ich hab mit, äh, Mini-Bambi, hab ich ja echt einen schweren Start gehabt. Aber das, äh, Kronio-Wild, ich fand das jetzt echt nicht scheiße. Ja. Muss ich wirklich gestehen. Ich hab das Meme gelebt. Was passiert eigentlich, wenn du alle Pokémon verlierst? Fängst du dann von vorne an? Ähm, nee. Da wir die Situation schon einmal hatten, äh, kriegt der Gegner dann einen Siegpunkt. Äh, und du fängst, halt, du fängst was Neues, steckst das natürlich wieder in den Wundertausch und dann schiebst du halt die anderen Toten alle weg und hast nur noch dieses eine neue Pokémon. Und dann heißt es erstmal wieder Level. Und dann heißt es erstmal wieder Level. Genau, also quasi fängst du von vorne an mit einem Random-Feech. Stirb, du blöder Mörder! Du hast Bambi auf dem Gewissen. Das fällt um. Guck mal, was du lernst! Guck mal, was du lernst! Nee! Bambi! Nein, nein, nein! Guck dir den kalten Glanz in seinen kleinen, toten Augen. Er sagt, jetzt bin ich die Nummer eins! Ja, der freut sich, Bambi! Ja, ja! Bambi ist weg! Jetzt ist Claude die Nummer eins! Yo! Boah, Junge! Das war fantastisch, Blink! Hättest du nicht früher vorbeischauen können, du Arsch! Fuck! Bin ich mit diesem Olivenzweig gestraft? Aber vielleicht flippst du es ja genauso sehr wie dein Bambi. Nein! Ich kann nicht was sagen. Alter, das war wie in der einen Simpsons-Episode, wo Bart dieses blöde Kalb bekommt, dieses Schwächlingskalb. Und er so, oh fuck, ich hab den Herdenschwächling. Und dann pumpt er den voll auf und da wird voll der Bulle draus und dann so, cool, dein Bulle hat den ersten Platz gewonnen! Geil, was hat er gewonnen? Er kommt ins Schlachthaus. So, what? Hä? Hier ist ein... Warte, warte, warte. Ist das ein Fehler? Hier ist ein Uhrzeit, Don Phan. Nein, nein, das ist normal. Kann ich das fangen? Könntest du, darfst du aber nicht. Ich weiß, ja, aber lol. Das Buch sagt, saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen, soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen zur Erholung sorgen. Ha. Es ist Viagra-Gewürz. Aber meine Pokémon können nicht gegen das Ding kämpfen. Muss ich in das Vieh reinrennen? Versuch's. Weiß ich nicht, ob ich das will. Probier's aber mal. Tick-Tack. Also... Mach der einfach mal Durchbruch. Ja, man kann's anklicken. Keine Ahnung, das ist ein Kampf. Der hat das Bambi genommen. Level 45. Und über dem Knie kaputt gebrochen. Ist es deswegen vielleicht so stark gewesen? Das könnte sein. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich gegen das Ding jetzt weiterkämpfen möchte. Irgendwas sagt mir, wir sollten jetzt auch nicht gegen den Erdwurm kämpfen. Leicht. Ich glaub, der Erdwurm ist schwächer. Äh. Kannst ja mal googeln. Hm, ich mach kurz eben das Don't War noch kaputt. Es sei denn, es macht mich kaputt. Ja, gönn dir auch mal ein totes Pokémon. Ja. Stärk den Charakter. Gerade als ich angefangen hab, Bambi zu mögen, ey. Huh. Tick-Tack hat noch 33 HP. Alles okay. Blumentrick, mach's kaputt. Lock, Riesenzahn ist kaputt. Ja, hartes Vieh, ey. Krass. Boah, das gibt halt übelst XP. Ja. Boah, da grind ich lieber an 10 kleinen. Energieball. Anwenderkraft der Natur und Feuer das Ziel. Denk den Spitz heute ehrlich. Ja, das bringt mir aber nix, weil das ist special. Metall-Sound von Ducario. Metal-Sound. Das ist voll Metal. Voll Metal, ja. Das ist voll Metal. Ja, das ist voll Metal. Brrink! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.